Wo könnte er bloß stecken? Er müsste inzwischen zurück sein. Hey je, was für eine Spitzenlandung. Na, da freue ich mich aber, euch zu sehen. Was gibt's Neues? Du kommst gerade rechtzeitig, Mickey. Wasteland wird langsam wieder inaktiv und nach all dem Schaden durch das Beben... Nicht nur das. Was? Auch der Mad-Doktor ist zurück. Ach ja? Und wo steckt Oswald? Äh, gleich hier. Deinetwegen habe ich mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber ich habe mit dem Doc gesprochen. Er wollte uns davor warnen, dass wir von bösen Wesen angegriffen werden. Er meinte, sie seien halb Phantom, halb Animatronik und ganz böse. Hm, er führt irgendwas im Schilde, ich weiß es. Ach was, Hortensia. Hat nicht jeder eine zweite Chance verdient? Ähm, wie wär's, wenn wir der Sache auf den Grund gehen? Wo ist der Mad-Doktor? Er hilft uns bei den Reparaturen auf der Mean Street, aber das Beben hat den Projektoren arg zugesetzt, also müssen wir den Zug nehmen. Na, wenn du wirklich darauf bestehst, mit dem Mad-Doktor zu sprechen... Schnell! Wir müssen von hier weg, bevor das gesamte Schloss einstürzt! Beide euch, Jungs! Ihr stürzt alles ein! Sehr seltsamer Splitscreen. Aua! Du weißt, dass du gleiten kannst mit deinen Ohren? Wir müssen hier weg! Oder zumindest so propellern kannst. Ach du Scheiße! Glaubst du, sie hat es geschafft? Kommt, wir müssen sie suchen gehen! Sagt der, wenn der so eine halb gleichgültige Pose macht. Ich wette, ihr kommt über diesen Balkon von hier weg. Naja, du könntest uns doch einfach tragen, aber gut. Ich sollte den anderen hochwerfen, damit er einen Ausweg suchen kann. Ups. Werf mich mal hoch! Ich will noch einen Ausweg suchen. Hallo? Komm her! Nochmal! Wunderbar! Jetzt kommst du hoch! Wie es aussieht, müssen beide Zahnräder gedreht werden, damit die Tür aufgeht! Eins, zwei, drei! Alter, wir sind so gut, das ist voll aus Teamwork hier! Äh, ja! Ich glaub, wir müssen hier runter. Charanimo! Zum Radar Oswald! Die Maschine mit deiner Fernbedienung ist in den Verdünnert. Wenn wir deiner Fernbedienung je wieder haben wollen, müssen wir die Maschine wieder zum Laufen bringen. Vielleicht gibt's hier einiges, das mit Thunfarbe gemalt werden kann. Hm. Thunfarbe? Ja. Ach, wo bist du? Da. Vielleicht gibt's hier einiges, das mit Thunfarbe gemalt werden kann. Hm. 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 Ah! Über hier. Oh je! Miki, das ist der Fernseher, mit dem wir dich nach Wasteland geholt haben. Und ich weiß nicht, ob die ihn je wieder reparieren können. Das ist irgendwie cool, ich finde. Ah! Ich bin mir voll in den Arsch angesengt. Mit Thunfarbe haben wir wieder angemalt. Hä? Äh, hab ich gern gemacht. Du hast dich denn selber angemalt? Ich weiß nicht. Ah. Da ist sie! Jetzt zeig ich dir, wozu ich höre mich, wer ich bin, Miki! Du hast eine Boomerang kam. Wie du! Wo haben wir noch? Möchtest du Hortensia nicht suchen? Aber ich finde das mit der Synchronisation viel besser als dieses... Hä? Was ist das? Der arme Markus musste sich krank schreiben lassen, als er unter diesem Tisch eingekleppt wurde. Sein Cousin Jamface übernahm dann den Kunden. Begib dich auf die andere Seite des Drehkreuzes. Schnapp dir den Griff und lauf vorwärts, um ihn zu drehen. Damit müsste sich der Lift nach oben ins Labor bewegen. Ist ja komisch. Ach, Hilfe. Ah, warte, warte, warte. Warte, wenn da steht A gedrückt halten, dann A. Wups. Hä? Dann? Oh je. Der arme Markus musste sich krank schreiben lassen, als er unter diesem Tisch eingekleppt wurde. Ach, dann, ach, der ist hier noch mal erzählen. Und vergiss es. Kommst du? Komm schon. Ja. Ich würde auf der anderen Seite... Hä? Ich dachte, man kann dann ziehen. Ah, Perspektive, ein bisschen wöhrend so. Ja. Ich bin gespannt, was ich mit der Fernbedienung mache. Da hast du deine Antwort. Das Problem ist, dass genau meine Seite vom Bildschirm genau hinter dem Mikrofon steht. Versuche den Schalter zu aktivieren, der mit der Maschine verbunden ist. Mal sehen, ob wir sie zum Laufen kriegen. Mach du mal. Ach, das läuft ja schon. Ah, warte, warte, warte. So. Das bringt nichts, Oswald. Du musst deinen Elektroimpuls einsetzen, um beide Elektroden gleichzeitig zu treffen. Hörst du nicht, was der... Ja, wie denn? Kannst du nicht irgendwie so ein Split-Ding machen? Äh, der hat... Oh, der... Ja, ich guck mal. Beide Elektronen gleichzeitig. Äh... Ja. Wie? Hm. Das macht er erstmal die andere. Ja. Da ist mal das Ding. Die Maschine hat keinen Strom. Ich hab's. Mit einem saugenden Stromstoß kriegen wir sie wieder zum Laufen. Ne, auch nicht. Äh, ja. Die läuft. Sei vorsichtig. Wenn du das verdünsten, könnte das die Maschine zerstören. Also darf ich dir nichts verdünnen. So ist es. Wir müssen das hier machen. Du ziehst und ich versuch mal... Hm... Sieh mal dran? Ja, ja. Ich bin dabei. Los! Hau rein! Ja, das bringt nichts. Boah, ist doch nicht wahr. Kannst du nicht irgendwie wirklich so einen Splitscreen machen mit dem Ding? Dass du dir irgendwie anvisieren kannst, die beiden Sachen? Ja, wenn nicht überhaupt mal hier wegen dem Mikrofon. Oh, dann schiebst du zur Seite. Unprofessionelles Ding, du. Ähm... Ich kann höchstens das Ding so... ...schmeißen. Ja, ich kann nichts, weil ich hab hier so begrenzte Knöpfe. Ich mach einfach mal jetzt so... Wie hat er das gemacht? Wie hat er das jetzt gemacht? Die Ladung kommt nicht an. Du musst den Strom so lenken, damit dieses Ding wieder funktioniert. Wie hat er das jetzt gemacht mit dieser Attacke? Wollte ich nicht. Ich probier's aus. Ich hab alle Knöpfe durchgedrückt. Vielleicht B und Dreh? Oh! Danke. Achso, Entschuldigung. Wollte ich nicht treffen. Vielleicht nach unten drücken mit dem Steuerkreuz. Ich weiß es nicht. Ich bin alles am Ausprobieren. Ne, damit schmeißer die nur. Ja, das muss ich wissen, wenn wir da noch rumstehen. Wo hab ich denn hier Z? Ja, das... Das ist... Da schmeißt er seinen Arm. Oder die Fernbedienung. Seinen Arm. Ja komm, mach mal hier hin. Siehst du das nicht? Der ist dann ab. Warte mal. Michi, bitte. Ich würd gerne weiterkommen. Problem ist, wir sitzen dann gleich wieder davor und haben... Ja, dann machst du das eben aus und dann muss der Computer das machen. Geht nicht. Aber warte, warte, mach ich nicht mehr gehen. Wenn die Maschine jetzt Strom bekommt, wird sie überlastet. Gut gemacht. Gut gemacht, Michi. Ach, wer hätte das gedacht? Ja. Jetzt... Ach! Schuss! Wir haben hier nichts verloren. Jetzt mal müssen wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Um feinde, Freunde, die zu stimmen, vollere Farbe auf sie haben. Oder Verdünner, um sie wegzuverdünnen. Verdünnen, um sie wegzuverdünnen. Danke. Jetzt brauchst du mal mich. Du stehst nur auf dem Weg. So. Hallo? Du... Freund. So. ganz schön unter strom musste ich kann eben nur realisieren immer müssen wir die drecksarbeit hier geht alles im arsch es wird es beiden nicht mehr geben um zum bahnhof zu begangen ziemlich sicher dass die schlucht zu weit ist um sie zu überspringen ich habe es gemeinsam sobald auswalt in die luft springt kann er hinübergleiten und mit ihr wenn du hoch springst und seine füße triffst kommt ihr beide auf die andere seite zwischen ich bin nicht gesprungen ich warte ich auf dich das erste mal meine füße springt ach ja gut ungewohnt ich habe wenig wenig ein stoff wir sollten es zum herrenhoßstatter bringen zum herrenhoßstatter wenn wir nichts bestes zu tun ist das ein phantom tronik versuche den elektroimpuls deiner fernbedingungen zu verwenden um dieses monster zu leben für beides abgelenkt spring auf den knopf auf seinem kopf und ziehen auf dem phantom ihn dort im kopf du kriegst ich glaube das ist deins ich glaube das ist deins ja ist sie nicht die beste es wird immer schlimmer Moment und das feuerwerkskörper Oswald hatte ich dir nicht gesagt du sollst sie loswerden hab ich doch ich warte wollte ich doch aber nur eine minute oder zwei wenn Oswald diese feuerwerkskörper unter strom setzt gehen sie hoch oder wenn wir sie neben diese steine schieben und sie anzünden boom kaboom ganz viel kaboom bum bum warte ich schieb die ich schieb ah ich will ey Oswald unternimm was ne ist das richtig da die steine ja ja Ja. Verhalt euch immer. Schiebt den Feuerwerkskörper neben die Steine, damit sie richtig was... Hui. Hi. 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 Hi.